Das ist das Holztechnikum Kuchl. Ja, ja, du hast richtig gehört. Das Holztechnikum Kuchl mit Fachschule und HTL. Eine kürze Einführung. Du findest bei uns Werkstättenhallen, hochmoderne Maschinenparks, Labors, top ausgestattete Klassenzimmer, eine Turnhalle und ein Internat. Aber das Ganze gibt es nur, weil wir eins gemeinsam haben. Die Liebe zum Holz. An unserer Schule leben alle diese Leidenschaft auf ihre ganz unterschiedliche Art und Weise. Manche mögen es intensiv, andere entspannt und wiederum andere kreativ. Du lernst ja so ziemlich alles, was man im Umgang mit Holz wissen muss. Vom Rundholz, über Schnittholz und Holzwerkstoffe bis zum fertigen Produkt. Was du herstellst, ist deine Sache. Deiner Kreativität sind auf alle Fälle keine Grenzen gesetzt. Eines musst du allerdings wissen. Wir lieben Verbindungen. Ob Nut und Feder, Gärung oder Zinken. Die wichtigste bleibt immer die Verbindung untereinander. Ein Netzwerk über die Schulzeit hinaus. Dieser Kuchlergeist ist überall bekannt, zu sehen und zu spüren. Wir arbeiten eng mit der Wirtschaft zusammen. Und so erhältst du bei uns eine praxisnahe Ausbildung und alle wichtigen Werkzeuge, um erfolgreich wirtschaften zu können. Solltest du einmal etwas nicht verstehen, kann es daran liegen, dass du im falschen Fremdsprachenunterricht sitzt. Du lernst bei uns nämlich neben Englisch, auch Russisch oder Italienisch. Freizeitmöglichkeiten gibt das ohne Ende. Sport, Musik oder Kultur. Du siehst, du bekommst bei uns ein Rundumpaket von Holz, Technik, Wirtschaft und Sprachen geboten. Wir sind europaweit einzigartig. Alles in allem zählt, was dabei herauskommt. Denn die Kuchler-Absolventinnen und Absolventen sind in der Wirtschaft geschätzt und gefragt. Wir bieten eine einzigartige Holzausbildung mit Jobgarantie. Ohne zu übertreiben, das Holztechnik-Kuchler ist ein Karrieresprungskret für In- und Ausland. Schau auf jeden Fall bei unserem Tag der offenen Tür vorbei. Lern uns kennen und jump into the future.